Wir sind hier beim Stechen der Damen der Figurklasse 1 und 2. Sie sehen rechts die Spanierin Susanna Perez, links die Australierin Tanja Mittoni. Und beide müssen hier ein Pflichtposing absolvieren. Bei den Damen in der Figurklasse gibt es 6 verschiedene Positionen. Hier sehen wir Doppelbizeps von hinten. Auch das sicherlich keine leichte Entscheidung hier für die 13 Juroren, die es sich hier nicht leicht machen konnten. Aber Sie entschieden sich für die Siegerin aus Spanien, Susanna Perez. Zum dritten Mal gewinnt sie in Folge dieses Figurbodybuilding und ist damit die erfolgreichste Figurbodybuilderin aller Zeiten. Sie sehen die Siegerehrung durchgeführt von Klaus Hoffmann, dem Weltpräsidenten der NABBA. Mit diesen Bildern wollen wir uns heute verabschieden.